So, liebe Leute, endlich geht's wieder weiter mit FIFA und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 20. Ja, wir machen mal weiter mit dem Pokalfinale und das wollen wir natürlich gewinnen und, äh, ja. Der Gegner heißt SV Werder Bremen und dann steht's auch das Champions League Finale an und dann sind wir durch mit der Saison 4. Ja, wir spielen noch eine fünfte Saison, das ist ganz klar. Und dann gucken wir mal, aber vielleicht dann irgendwann umswitchen auf das FIFA 22, dann, glaube ich, heißt es dann, ich glaube, wir, ja, FIFA 21, nicht FIFA 20. So, okay, gehen wir rein, auf jeden Fall, ähm, ja, und dann gucken wir mal, ob wir durch die Mannschaft hier spielen. Ja, wie gesagt, Werder Bremen, dann müssen wir gucken, wie wir spielen, wie ist der Kader der neuen Saison aus, und, 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 das wird sich jetzt in den nächsten Folgen zumindest ein bisschen zeigen. Es wird ja viel passieren wahrscheinlich, in der Themen, wie die Kohle aussehen, wie die Finanzen aussehen. Äh, ein paar Spiele habe ich mir schon aufgeschrieben und, ähm, ja, gucken wir mal, wer dann am Ende im Finale kommen könnte. Aber jetzt erstmal die Pressekonferenz von der FIFA-Fokalfinale, Titel Nummer 2, so reden. Das kann halt ja auch passieren, ne? Ja, ich hoffe, natürlich nicht. Ja, versuchen wir natürlich. Und das war es für diese Pressekonferenz. Ich danke Ihnen allen herzlich. So, auf geht's, gehen wir ins Match. Gucken, wie fit die Mannschaft sein wird. Hm, eigentlich nicht kaputt da. Nö, eigentlich nicht so richtig kaputt. Okay, gehen wir rein ins Match. Ins Pokalfinale. Dauert wieder? Ah, jetzt geht's los. Los geht's. Es ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, auf das alle hingearbeitet haben. Es ist das Finale. Bleiben Sie dran, wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Wolf Fuss und Frank Buschmann begrüßen Sie heute zum Endspiel um den DFB-Pokal. Es ist also mal wieder so weit. Einer der Höhepunkte der Fußball-Saison steht an, das Pokalfinale. Genau so ist es. Können wir uns tatsächlich den zweiten Titel der Saison erholen? Hm. So, na auf geht's ins Match. Wir wollen hier den zweiten Titel der Saison erholen und dann in der nächsten Folge soll der Champions-Siegtitel das dritte ist Triple R. Schaffen wir das? Ist das die große Frage? Schön. Latza. Jawohl. Und jetzt ist es auf einmal im dritten Versuch. Paulinho. Sechste Minute. Aber dieses Dachs von Del Rosum, das war so wichtig da, dass man da unbedingt da, der will, dass er da durch will. Und dann im zweiten Versuch Alario scheitert noch. Und Paulinho macht sein Völkos drittes. Drittes Pokalto. Alario hochrein, sondern es ist allaheinig als Verschütze-König. Ja, aber gucken wie der Kader aussehen mit der neuen Saison, dass wie viele, da wir, wie viele da gehen wollen, wie die Finanzen aussehen am Ende. Ohne, 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 da haben wir nicht dann irgendwann aufbauen, wie der Kader in der neuen Saison. So langsam wird's gefährlich. Schönes Ding. Ah, schönes Ding auf Mario, der ist jetzt Freifurt durch. 2-0. Mit der Aufholgabe in Hoffenheim hat man den DFB-Pokaltitel geholt, äh, den Bundesliga-Titel geholt. Jetzt führt man 2-0 gegen Bremen im DFB-Pokalfinale nach 2011, soll endlich wieder dieser Titel, ja. Also gut, wir haben jetzt, glaube ich, in unserer Karriere, wir sind jetzt in der vierten Saison, haben jetzt dreimal den DFB-Pokaltitel, einmal so rausging, flogen in Frankfurt. Letztes Saison haben wir die Bayern geschlagen, jetzt werden wir dann rausgeflogen. Letzte Saison haben wir es gegen Leverkusen geholt, jetzt soll der SV Werder Bremen fällen. Also, Lukas Alario. Hier steht es, 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Die Nummer 13, Lukas Alario. Meite. Ah, schönes Ding. Und der Vorteil für Schalke. Ja, kein Vorteil, äh, bloß jetzt nicht irgendwie noch sich einer verletzen. Das wäre natürlich jetzt die Katastrophe, weil ich, wie gesagt, steht da noch, das stimmt sich wieder an. Und man muss ja schon noch zu Arbeits verzichten. Den Stabilisator der Abwehr dahinten drin. Dilroso. Dilroso, die Flanke kommt, aber der Keeper passt da gut auf und, äh, kann ihn mal rausklären. Jetzt auch Fernandes. Sie verlieren den Brunlazer. Ah, schade. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Ja, der Bremer, der kann natürlich da durchsetzen, gegen 2, immer mal wieder. Schön, aber da war gut. Eigentlich ist Verteidiger und so. Jetzt noch Fernandes. Schöne Aktion. Es gibt Freistoß, glaube ich, oder? Direkt genommen und auch das Zuspiel war richtig gut. War der Oberung. Ja, der Sie. Ah, es war wichtig, dieser Gräte, diesen Fuß doch da reinzukriegen ins Querpass. Gutes Anspielen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, ein schönes Ding von, ich glaube, Ludwig war es, der das sehr gut gelöst hat. Oh, schönes Ding. 3-0, Paul Mignot, Tor Nummer 4. Und das war auch sehr wellklasse gespielt. Ja, es kann auch sehr viel passieren. Keine Sorge. Fakt ist das Minimum ein Schalke auf jeden Fall Torschützenkönig für den Defi-Pokal. Wie gesagt, Alari hat jetzt 6. Der hat ja heute schon getroffen. Der Verteidiger stört ihn. Na, gut aufgepasst. Er hat alles gut abkocht. Und jetzt noch Fernandes. Na, ich glaube, ich komme dann vorbei. Joel Linton. Sieht gefährlich aus. Zappacosta ist da. Und provinzian hat er das. Ziemlich problemlos löst. Ach, wieder nicht. Also die Bremerhausen, um jetzt ein bisschen nachzusitzen, so kurz vor der Pause nochmal vielleicht irgendwie das Tor zu machen. Ja, es war aber kein Foul. Wir haben das Pause. 0 zu 3 der Pause stand. Die Schalker führen deutlich. Und es ist eigentlich, ja, man hat einfach eiskalt die Chancen genutzt. Und das ist es halt einfach. Ich schüsse das Tor. 3 zu 4. Die Bremer hatten auch ihre Chancen. Haben sie aber nicht wirklich nutzen können. Die Schalker haben halt drei ihrer Chancen genutzt. Ach, ich glaube, der kommt ja nicht durch. Also Bremen muss jetzt irgendwas tun. Definitiv. In der zweiten Halbzeit. Zumindest mal ein Tor, damit man jetzt mal wieder ein bisschen auf der Anzeigetafel erscheint. Ja, tschau. Der kommt nicht rein. Ja, gut gelöst da. Heute aufgepasst von Richter. Ja, ich denke, dass ich im Champions-League-Finale dann auf Bela Korsak sitzen muss. Ja, aber ja, der könnte es im Übrigen gut sein, dass bald der gewünschte Transfer über die Bühne geht. Paulinho. 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 4. Tor Nummer 5. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die GK rein weiß geschehen ist. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abgängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch noch... Ja, da kann es alleine machen. Keiner in der Mitte. Das hätte vielleicht noch eine, die ich doch noch mal. Er macht selber. Und auch das Ding ist lang. Und 4-0. Und damit dürfte es eigentlich der zweite Spiel sein. Zumindest das nationale Duel ist klar. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Party. Jetzt noch Fernandes. Als nächstes steht natürlich das... Liverpool. Okay. Für den FC Schalke 04. Dann geht es Liverpool. Und das wird ein super Endgame. Keine Frage. Das war ein... Anblick für den Tor war schon. Da finden Sie alles, was das Fanherz begehrt. Dann Latza. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ah. Aber man hat bisher ja alle große Gegner Menü geschlagen. Man hat dann hintereinander real gepackt. Mit 27 mit Immunentschieden und dem Sieg. Und dann ist jetzt Bremen da. Das ist doch 1 zu 4. Abseits sogar noch. Mit der das abseits so gerade gemacht hat. Im Halbfinale hat man dann relativ simpel Atletico ausgeschaltet mit 2 Siegen. Und jetzt soll Liverpool im Finale fallen. Paulinho macht der ebenfalls Tor Nummer 6. Paulinho. Nein. Noch verhindert der Keeper das. Das war Wahnsinn, wie er den noch hält. Ecke kommt ins Zentrum. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faust den Ball weg. Das ist noch gefährlich. Ecke. Aber gut. Ist wieder gut gehalten vom Keeper da. Da Paulinho noch. So, jetzt wird der Wechsel erstmal vollzogen. Man wechselt jetzt durch. Die Bremer, die ja in der regulären Saison auch mit abgestrichen sind. Auch das Unentschieden gegen Hannover gehabt. Sie haben ja die Niederlage gegen den HSV geholt. Muss ich aller. Mal gucken. Nächste Spiel in Kiel für uns. Ah, nochmal gut gestört davon. Von Bremer gegen den Biller-Zuhn, den er da ein bisschen wegdrückt. Das reicht dann auch mal. Da muss er schon mehr raus machen. Ja, das ist doch für so los. Und jetzt wollen sie wechseln. Alfredo Morelos. Gut gelöst davon, nur den Weg auf. Coutinho. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Aber abgefangen, ne? Alfredo Morelos. Der Blick auf die Uhr. Neun Minuten bis zum Ende. Gut. Gut abgekocht da vorne. Von Malik Ciao. Glaube ich zumindest, dass der es war. Jetzt könnte er flanken. Ah. Da geht er vor, das Risiko. Keine Chance für Bremen. Ja, Bremen heute. Absolut. Chance los. Den zweiten Titel haben wir an der Tag und Fahrt. Das heißt, die Fülle Pokal. Jetzt geht es nur noch in Liverpool zu packen. Super gemacht. Gute Verteidigung. Bei so einer Konterchance. Ja. Aber ist am Ende nicht spielentscheidend. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Und da ist hier Feierabend. Dubel. Jetzt soll das Trippel noch kommen. In der nächsten Folge hast du immer vor der Gegner. Die Bremer haben uns zwar ein bisschen gefordert, aber so richtig mega klare Torschungsten hatten sie ja nicht. Der Sieg geht auch in einer absoluten Ordnung. Also das einmal zu erleben. Mal gucken, wie die Mannschaft in der neuen Saison aussieht. Da sind einige kommen und einige gehen. Also 4 zu 0, den SV Werner gesagt hat. Genauso mit dem gleichen Ergebnis haben wir letzte Mal in Leverkusen geschlagen. Wird da früher mal herausgeflogen. Und davor haben wir die Bayern in der Welt mitterschießen geschlagen. Als damaliger noch dritter, als drittlig ist damals doch. Und jetzt steht diese Mannschaft wahrscheinlich vor dem, vielleicht vor dem größten Triumph. Sagen wir mal so. Der Liverpool wird nochmal eine andere Hausnummer werden. Im Finale dann. Vor allem ohne Stefan Savic. Das Feuerwerk. Zurecht. Ein super Saison gespielt, wie gesagt, nationale Wahl, das haben wir alles abgeräumt. Und ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen. Einfach klasse zusammengestellt. Auf den Punkt topfit. Und auch taktisch immer wieder überragend. Klasse Klappe. Noch die Chance da. So, und dann haben wir es. Und jetzt, wie gesagt, in der nächsten Folge ist Liverpool der große Gegner in dem Champions-League-Finale vielleicht den ersten Champions-League-Titel überhaupt zu holen. Ich glaube, Europa League hat man noch nicht geholt. Da sind wir ja rausgeflogen im Halbfinale gegen gegen Juve, damals. Die ja hier Piemonte kulturarisen. Was ich persönlich ein bisschen schade finde. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. So. 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 Definitiv haben wir uns verdient. Vor allem haben wir noch die Torschützenkönig gekriegt im DFB-Pokal, weil Alario sein sechstes Pokaltor geschossen hat. Paulinho hat nämlich Nummer 5. Hat der eine 3 gemacht heute, aber der ist so in die Form, so in Form gekommen. Wie sehr lange ich habe ich ja abgegeben damals, weil er halt nicht stark war. Und immer wieder so Chancen gegeben hat. Aber jetzt hat er sich dann reingebissen und hat seine Chancen genutzt. Und wir werden halt, wie gesagt, kommen wir noch mal eine neue Mannschaft sehen. Wie viele Abgänge wir kriegen, was wir ja vorher zugänglich bekommen. Wenn Latzer seine Karriere beendet, habe ich eine Alternative. Voraussetzung, wir können es zahlen. Also, mal gucken. Ich habe da so ein paar Ideen noch mehr rausgesucht. So. Wir haben nochmal Turnierpreisgeld bekommen. Und zwar 4,5 Millionen für den Pokal. Ja. Und dann werde ich es jetzt schaffen. Ich dachte, es trippelt so. Das sehen wir uns in der nächsten Folge am Herzen. Und da verabschiede ich mich jetzt von FIFA. Und wir sehen uns dann wieder. Und dann in der nächsten Folge das Spiel gegen Liverpool. Das Champions-Sieg-Finale steht dann an. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin. 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 Bis dahin.